Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peruanische Gastronomie, Rezept für Pachamanka a la Ola. Bereit, ein Gaumenschmaus. Pachamanka ist ein Gericht mit uralten kulturellen Wurzeln aus den Anden Perus und besteht darin, ein Loch in den Boden zu graben, einige Steine hineinzulegen und es zuvor mit Feuerholz zu erhitzen. Anschließend werden verschiedene Fleischsorten darauf gelegt. Die zuvor mariniert und mit Zutaten wie Huacatei, Chili, Kreuzkümmel, Pfeffer und anderen Gewürzen, Kartoffeln, Monioc, Süßkartoffeln, Mais, Käse, Bohnen und anderen Zutaten gewürzt wurden. Im Jahr 2003 wurde es zum Kulturgut erklärt Erbe der Nation, weil es ein Gericht ist, das über die peruanische Geschichte hinausgeht und einen exquisiten Geschmack hat. Pachamanka kommt von den Quechua-Wörtern Pacha, was Erde bedeutet, und Manka, was Topf bedeutet, die Bedeutung wäre also Topf mit Erde. Eine andere Bedeutung, diesmal in Aymara, ist Nahrung aus dem Land, da Manka oder Manka Nahrung bedeutet. Jetzt werden wir Pachamanka in einem Topf nachbilden. Zutaten 1,5 kg Streifenbraten 2 Mais mit Panka 5 Huarokartoffeln 5 Süßkartoffeln 5 Gänse 300 Gramm Bohnen 1 Viertel Tasse Essig 1 Esslöffel gemahlener Oregano 3 Pankas Mais Vorbereitung Entfernen Sie das halbe Bündel Chinchu und Huacatei. Geben Sie es mit etwas Wasser in den Mixer. Geben Sie es in eine mehr oder weniger große Schüssel und geben Sie die Gewürze, Flüssigkeiten und so weiter hinzu, mit Ausnahme des Fleisches. Mit dieser Zubereitung würzen Sie das Fleisch. Denken Sie daran, dass sich jedes Fleisch in einem Behälter befinden muss. Wenn Sie fertig sind, decken Sie es mit Plastikfolie ab und stellen Sie es in den Kühlschrank. Lassen Sie es von einem Tag auf den anderen dort. Am nächsten Tag geben Sie in den Topf, in dem Sie die Pachamanka zubereiten möchten, die Maispankas, den Chinchu und die Huacatei-Zweige, die Sie übrig haben. Dann legen Sie das Fleisch, das zuvor angebraten werden muss, hinein, fügen Sie noch etwas Dressing hinzu, bedecken Sie es erneut mit Panker und geben Sie das Gemüse hinzu, fügen Sie erneut Dressing hinzu und bedecken Sie es mit der letzten Panker-Schicht und decken Sie den Topf gut ab. Bei minimaler Hitze dauert das Garen etwa eine Stunde. Denken Sie immer daran, darauf zu achten, dass es nicht anbrennt. Nach Ablauf der Zeit sollte es servierfertig sein. Sie können es mit Chili oder der Sahne Ihrer Wahl begleiten. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Topf nicht ausreicht, machen Sie es in zwei Töpfen, da dieser gut abgedeckt sein muss, da er sonst nicht vollständig gart und einige Gemüsesorten roh bleiben. Bereit, ein Gaumenschmaus! Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram und auf die Seite, ein Gaumenschmaus! Wir sehen uns auf der nächsten Mal. 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 Wir sehen uns auf der nächsten Mal.